hallo ihr lieben ich grüße euch und willkommen zu einem neuen themen video beziehungsweise top 10 video das ja jetzt hier bestandteil ist unserer reihe mit den alkoholfreien bieren wenn ihr euch richtig erinnert haben wir im januar war es gewesen ja schon angeteased dass wir zum ende des jahres hin eine große umfangreiche liste erstellen wollen mit allen alkoholfreien bieren da drauf wo ich sagen würde die getestet habe intensiv getestet habe in einem jahr knappen jahr die was taugen die man durchaus aus dem supermarktregal mit einpacken kann und die wo man sagen würde nee komm das brauchen war nicht das kann weg mit der begründung es ist weit entfernt von einem richtigen echten bier mit alkohol lange rede kurzer sinn wir haben uns dann ja nach einem halben jahr darauf einigen können ihr habt jetzt größtenteils alle fast eigentlich waren es alle gesagt ja das ist besser wenn du das nicht alles in einem video machst noch mit 100 biere sondern teil das nach einzelnen bierstile auf habe ich auf jeden fall gesagt das ist sinnvoll das hat einen großen größeren nutzwert und aus dem grund möchte ich das auch heute jetzt hier mit diesem ersten video machen wo wir uns mal die alkoholfreien radler für den einstieg vornehmen wollen wie ist diese liste entstanden ja diese liste ist im prinzip entstanden aus der untapped bewertung und zwar da sind alle drin die ich jemals getrunken habe aber eben auch die aktuelle liste das war besonders bei den erstplatzierungen auch sehen werden die wir jetzt in diesem jahr 2024 getrunken haben das heißt also wir haben schon so wirklich einen guten durchschnittswert war ich selber überrascht gewesen dass sowas überhaupt möglich ist dass wir das dann noch mal wirklich schön ausdifferenzieren können nach einzelnen bierstilen und ich war auch überrascht dass ich überhaupt so viele alkoholfreie radler getrunken habe ja und da sind noch nicht mal so die klassischen mischbiere mit bei sondern wirklich hauptsächlich radler wo auch auf der flasche dose radler drauf stand zehn stück werde ich jetzt so vorstellen die nicht dabei sind die taugen dann auch nichts wir sprechen hier von bewertungen von krone bewertung bis zu ungefähr naja sagen wir mal 3,5 punkte eher aufwärts ja das kann ich schon mal sagen so bevor wir aber das ganze machen müssen wir natürlich ein bier trinken oder lange verdient würde ich sagen ihr lieben auf euch zum wohle auf das bier und auf den genuss cheers ja ich habe sie mir alle notiert wir fangen mit dem platz 10 an mit dem platz 10 kurz vielleicht noch zu der begründung wie dieses ranking entstanden ist für mich war das wichtigste gewesen wie ich auch im januar schon gesagt hatte es muss nah an einem bier mit alkohol dran sein möglichst authentisch das war so die grundvoraussetzung es muss lecker sein das muss mich ansprechen und natürlich auch das gewisse etwas das besondere die trinkfreude der trinkgenuss muss vorhanden sein wenn das nicht vorhanden war dann war das weg gleich weg brauchen wir nicht deswegen fassen wir das zusammen bei radler ist es jetzt nicht ganz so wichtig wie bei den anderen listen wo wir dann weizen und pilzbier und lagerbier durchnehmen werden also beginnen wir einfach mal platz nummer 10 ist gegangen an die brauerei wolters wolters müsste ja niedersachsen sein an das radler alkoholfrei platz 10 hat es gerade so geschafft ist noch mit rauf gerutscht auf die liste war in ordnung bewegen war und so bei 3,5 tendenz 4 hin passt auf jeden fall an der bewertung kannst du mitnehmen wolters otti fanden radler würde dann auch gleich platz 9 belegen also wir sehen schon da ist schon ähnlichkeiten drin kleine unterschiede von der bewertung her war das otti fanden radler noch ein kleines bisschen besser hier wie gesagt ist auf jeden fall niedersachsen noch gut mit in diese liste rein gerutscht und auch das nächste platz nummer 8 können wir da auch schon und jetzt gleich heran ziehen ich blende die biere alle oben ein da haben wir auf platz nummer 8 nämlich das einbecker radler alkoholfrei mit 0,0 prozent sogar was unterscheidet jetzt diese geschichte machen wir mal bei platz 8 und gehen wir jetzt mal aber ich nehme die jetzt mal die wolters und einbecker die nehme ich jetzt mal alle mit rein auch wenn man das im biertest einzeln durchnehmen würde hier möchte ich es gerne zusammen nehmen was zeichnet dann diese radlers denn aus von anderen radler also warum ist zum beispiel jetzt ein radler irgendein beliebiges aus dem industrie standard können wir ja mal rausziehen sagen wir mal aus nrw oder so warum ist denn das dann aber nicht mit rein gerutscht und warum ausgerechnet jetzt dreimal niedersachsen in der liste mit drin das hat vielleicht den grund weil da möchte ich auch wirklich auf diese brauerei besonders die einbecker brauerei zu sprechen kommen die natürlich auch mit ihrem radler schon noch ein einzelstellenwert hat weil ich finde die einbecker brauerei die braut biere die ähnlich sind sage ich mal mit einer eigenen charakter mit einer eigenen note die würdest du sofort herausschmecken und so ist es bei dem radler auch weil sind wir mal ehrlich ihr könnt das ja selber probieren ihr kauft euch zehn unterschiedliche radler aus dem alkoholfrei aus dem supermarkt stellt die alle auf und ihr probiert und ihr werdet schwierigkeiten haben diese biere auseinander zu verhalten ja also gerade wenn ihr die blind verkosten würdet das würde schwierig werden wenn da so ein einbecker drin stehen würde würdest du sofort rausschmecken und ähnlich ist es mit störte bäcker biere oder eben ja was weiß ich bauhöfer würde mir da vielleicht auch noch aus baden württemberg einfallen ja gut geht raus an harry da hatten wir ja auch mal die erfahrung gemacht oder die berg brauerei das sind halt so biere da wo man halt sofort merkt so mensch die haben eine eigene handschrift das ein eigener charakterstil und richtig so ein profil drin und das begründe ich warum diese biere jetzt in die liste reingewandert sind diese radler und nicht andere als die frage gleich aufkommen sollte ja warum ist das drin und die anderen aber nicht was unterscheiden die sich denn und genau das ist dieses alleinstellungsmerkmal ich spreche immer von der seele von dem körper und das ist so dieser wiedererkennungswert der für mich natürlich auch relevant ist weil das ist so dieses besondere genau darum geht es ja auf diesem kanal eben herauszustellen was taugt und was ist besonders was ist speziell was macht spaß zu trinken und das hat platz zehn platz neun und platz acht geschafft aus niedersachsen hier einmal wolters und einmal einbecker so seid ihr bereit für platz nummer sieben platz nummer sieben sind wir jetzt absolut im das counter gelandet und tatsächlich auch im industrie standard bei der großen frauerei natürlich die rede von öttinger ist mit am start und zwar das öttinger radler alkoholfrei mit blauem etikett und erinnert euch die älteren zuschauer von euch die werden diese interessante geschichte mitbekommen haben wo ich mich ja persönlich dann bei öttinger auch gemeldet hatte ja wo wir da mal kontakt aufgenommen haben weil ich wissen wollte was ist da mit diesem mysteriösen öttinger bier aus einer nrw flasche mit einem gelbblauen etikett alkoholfrei und ich war der meinung es war ein radler naturtrüb es war aber das alkoholfrei gewesen und das war so ein bisschen spezieller also keiner weiß so richtig was da los war aber fakt ist wir hatten dieses bier damals eine ganze kiste gehabt aus dem kaufland mitgenommen und das war dieses bier gewesen und das war bei mir wirklich sehr sehr gut damals weggekommen schon in den videos wo ich das erste mal das getrunken hatte leider existiert der kanal nicht mehr wo wir das das erstmalig getrunken hatten da wo ich sagte wow das ist geil das war der kanal mit den kochvideos übrigens damals mit meiner ex freundin das war wirklich so wow also das war so da hatten wir so food halls gemacht und so eine geschichte und da war dieses bier bei und das war wirklich lecker also ich habe lange zeit nicht mehr gesehen ich weiß gar nicht ob öttinger das noch im programm hat vielleicht war es auch nur so berliner ding gewesen ich habe keine ahnung aber das war wirklich richtig gut und aus diesem grund ist es hier auf platz nummer sieben gewandert aber wie gesagt ich weiß nicht mehr ob es noch gibt auf platz sechs sind wir auch wieder ein bisschen unterwegs lübzer lübzer naturradler rhabarber alkoholfrei 0,0 prozent das war das aus diesem kleinen 033er fläschchen typische saisonbiere das war so ein saisonradler gewesen wo dieser hype diese welle da war wo wir alle möglichen obstsorten da da irgendwie mit reingeballert haben da gab es die verrücktesten sachen grapefruit hat sich am ende durchgesetzt gerade grapefruit weizen zum beispiel ist heutzutage immer noch in den läden erhältlich aber hier gab es dann auch mal so eine exoten wie johannisbeere oder eben rhabarber und rhabarber ja das kennen wir noch vom kompott her das ist das was die zähne so stumpf macht war schon sehr speziell gewesen aber genau wegen diesem speziellen wahrscheinlich habe ich es mit reingenommen und es ist einfach ja das das war einfach nochmal so hauptsächlich diese kreation mit dem rhabarber diese fruchtigkeit das war wieder so ein bieriger sommercocktail der dann spaß gemacht hat auch zu trinken ich würde das nicht jeden tag trinken wollen aber es war halt für die saison als saisonradler wirklich super wir bewegen uns ja auch so ungefähr im durchschnitt so zwischen 3,5 tendenz 4 hin ja als saisonbier wir müssen es ja immer in die kategorie auch einpacken nicht jetzt für den alltäglichen gebrauch also wenn das schon so als saison wie auch gekennzeichnet ist müssen wir es natürlich auch so bewerten ist ja logisch so dann machen wir weiter mit platz nummer fünf damit haben wir auch schon die hälfte erreicht und zwar sind wir da schon wieder in niedersachsen unterwegs und wieder bei der einbecker brauerei und da haben wir einbecker hopfenfrucht weiße mit traube plus zitrone auch saisonbier saison sommer ist ganz klar biercocktail auch hier gleiche begründung wie mit dem rhabarber mit der geschichte es war dieser hype da es war dieses besondere dieses jahr gab es ja auch sowas aus dem hause krombacher allerdings mit diesem pfefferminz gedöns pfefferminz fürsig pfefferminz lemon ja und dann berliner luft mit diesem liqueur ihr erinnert euch kam bei uns nicht ganz so gut weg weil ich gesagt habe geil bier und zahnpasta wasser wunderbar kannst du mal probieren aber ist nichts großes hier hingegen bei einbecker war es nicht ganz so exotisch hat dementsprechend auch größeren absatz denke ich mal gefunden und hat auch geschmeckt und deswegen auch ein wohlverdientes mittelfeld platz nummer fünf auch hier an niedersachsen an die einbecker brauhaus geschichte mit diesen interessanten kreationen ja weiße traube und zitrone kriegt man auch nicht an jeder ecke von daher ganz klar dass das auch mit in die liste rein sollte als saison bier biercocktail so platz nummer vier ja da sind wir dann auch schon wieder beim lüpzer angelangt lüpzer naturradler zitrone alkoholfrei 0,0 prozent auch hier das war die gleiche reihe gewesen wie mit dem rhabarber hier wie gesagt geht es jetzt mit dieser zitrone fand ich ein bisschen besser liegt wahrscheinlich daran dass dann doch schon die zitrone nicht ganz so exotisch ist wie der rhabarber der rhabarber ist auch immer ein bisschen noch so ganz anders sauer als die zitrone also von dem her ist ganz klar dass hier dann die zitrone dann wahrscheinlich das ausgemacht hat ja ihr könnt euch die ganzen videos im einzelnen übrigens angucken die sind alle hier auf dem kanal da könnt ihr euch das einzeltasting und auch das bier und alles mögliche so und schon sind wir auf dem siegertreppchen angekommen die ersten drei plätze und jetzt muss ich dazu sagen die heben sich jetzt wirklich ab in der top 10 liste ist da jetzt wirklich eine riesen spalte entstanden zwischen den genannten die wir eben genannt haben und die drei die jetzt kommen begründung ist ganz klar die sind in der benotung jetzt wirklich schon so bei 4,5 punkte teilweise krone bewertung kann man da geben das ist jetzt wirklich wo ich sage wenn ihr alkoholfreie radler trinken wollt dann sind die drei die jetzt kommen absolute rumpelschratt empfehlung also da könnt ihr wirklich in den laden gehen die könnt ihr euch einpacken und dann habt ihr nicht nur die qualität sondern auch wirklich einen guten geschmack klar geschmäcker sind immer verschieden aber wenn es setting passt und wann trinkt man alkoholfreies radler ja guckt euch mal das video an ja alkoholfreie im wandel der gesellschaft welche zielgruppe das ist da haben wir das einzeln auf analysiert in diesem punkt aber wirklich die die jetzt kommen da könnt ihr euch wirklich was die qualität angeht die könnt ihr euch in den einkaufswagen packen fangen wir mal an mit platz nummer drei platz nummer drei geht an auch ganz bekannte brauerei paulana bayern paulana weizenradler zitrone alkoholfrei 0,0 prozent die haben es geschafft wirklich sehr nah an einem bier an einem radler mit alkohol ranzukommen wir im radler sprechen wir ungefähr so naja so von 2,5 bis 2,6 prozent umdrehungen in etwa es gibt auch noch welche die bisher da drunter liegen jetzt vom alkoholgehalt aber so generell ist das schon sehr nah an einem leicht bier dran ja also das heißt also bei einer 50 50 mische 50 prozent bier 50 prozent zitronen limonade dann bist du ungefähr so bei diesem verhältnis bei 2,5 prozent umdrehungen das heißt also das war so der ausschlaggebende wert gewesen an dem wir uns orientiert haben und das ist natürlich das spannende dabei und deshalb paulana wirklich sehr sehr gut geschafft bin ich übrigens mit dem guten alten pilsator rangekommen pilsator radler nrw flasche saison 2021 2020 war es glaube ich auch gewesen da konntet ihr das beziehen und das war wirklich sehr lecker gewesen und es war ein bier wo ich gesagt habe wow das ist mal ein radler was taugt und genau an diesem radler habe ich mich dann auch immer orientiert das war so der wo man sich so eine messe braucht wenn man sowas wo du messen kannst und da ist es paulana weizen radler sehr sehr nah wirklich rangekommen also du hast nicht geschmeckt irgendwie dass er so da ist gar kein alkohol drin oder so wie komisch geschmacklich und qualität wirklich top paulana weizen radler zitrone alkoholfrei 0,0 prozent platz 3 verdient könnt ihr euch auf jeden fall in einkaufswagen packen preis leistung stimmt sehr lecker das zweite ist eine kleine überraschung und zwar sind wir dabei klausthaler unterwegs und klausthaler ist ja eine geschichte gerade was alkoholfrei angeht ist ja klausthaler so das tv alkoholfreie ja schlechthin wie gesagt ende der 70er jahre anfang der 80er jahre ging das los ich bin in den 80ern groß geworden deswegen habe ich auch die werbung mitbekommen und es war eigentlich die waren platzhirsch klausthaler alkoholfrei war so das und ich habe es probiert es war furchtbar und ich bin auch heute kein freund von klausthaler da habe ich oft genug schon gesagt da gibt es andere brauereien die das programm die das thema alkoholfrei wirklich besser aufgreifen nicht nur von der textur sondern auch von der rezeptur wo man wirklich sagt so ja wir sind wirklich schon sehr nah an einem bier mit alkohol dran in diesem falle was radler angeht hat tatsächlich klausthaler silber geholt platz nummer zwei für das klausthaler radler alkoholfrei radler lemon so heißt das da und das ist wirklich gut das ist wirklich wo ich sage wow das schmeckt das war frisch das war spritzig das waren dustlöscher gewesen und du hast tatsächlich noch einen bierigen ja fast schon pilzartig herben geschmack auf der zunge gehabt was wirklich sehr gut weg kam also da muss ich sagen wow wenn radler klausthaler da haben die die nase vorn das können sie das ist richtig geil auch top qualität also das sah wirklich im glas super aus wenn ich in der gaststätte wäre und die hätten da so ein klausthaler radler würde ich das alkoholfrei würde ich das auf jeden fall ja mir bestellen das war wirklich lecker gewesen würde ich dem richtigen auf jeden fall bevorzugen auch hier gilt wenn du das im supermarkt stehen siehst pack dir das ein da machst du nichts falsch ich würde deine meinung interessieren so jetzt sind wir beim platz 1 beim sieger gelandet und der sieger freunde ist ein radler was ich dieses jahr erstmalig getrunken habe aus einer brauerei die ich auch wirklich sehr schätze ich komme nicht immer ran aber wenn ich in brandenburg bin da habe ich das wie gesagt durch das edeka center da habe ich die große bier auswahl und da ist dann auch dieses radler dabei die rede ist von riedenburger dinkel radler alkoholfrei ihr erinnert euch an das video da war ich so richtig begeistert gewesen weil ich gesagt habe wow das hat ja schon mit einem radler gar nichts zu tun das ist ja wirklich ein bieriger alkoholfreier hochgenuss der da auf einem auf der zunge lag das war wirklich sehr besonders und wenn ihr dieses stehen sieht aus dem hause riedenburger da ist natürlich qualität erst klar und das musst du einpacken in den einkaufswagen also diese drei paulana weizen radler clausthaler radler alkoholfrei dieses radler lemon und riedenburger dinkel radler alkoholfrei wenn du diese drei biere wie gesagt siehst diese drei radler biercocteels biermischgetränke nennt es wie ihr wollt die drei könnt ihr auf jeden fall einpacken da sind wir bei fünf bis sechs punkte krone bewertung die sind wirklich super wenn ihr alkoholfreie radler trinken wollt bietet sich natürlich in den sommermonaten an weil damals das setting gut und da schmecken die natürlich auch besonders gut das war die liste gewesen wird sich jetzt diese liste jetzt in den nächsten sagen wir mal zwei drei jahren verändern auch hier möchte ich gerne auf das video verweisen alkoholfreie biere im wandel der gesellschaft oder so kann man das so habe ich das video glaube ich genannt ist der zweite teil schaut euch das mal an da sind wir so ein bisschen auf die einzelne thematik drauf eingegangen und haben uns angeschaut in welche richtung das geht von dem her ich glaube gerade was diese kategorie radler angeht biermischgetränke wie auch immer der markt wird in den nächsten drei jahren weiter wachsen zumindest beständig bleiben wenn nicht geht die kurve weiter nach oben das haben wir schon analysiert und herausgefunden brauchen wir keine kristallkugel für aber was meine liste angeht wird die sich jetzt nicht groß verändern das heißt also wir können jetzt erstmal uns drei jahre locker entspannen zurücklegen ja weil da wird jetzt auf dem radlermarkt biermischbiermarkt jetzt nicht groß was passieren da bin ich ziemlich sicher das heißt also ihr habt hier eine verlässliche liste mit der ihr arbeiten könnt ihr könnt alle trinken die auf der liste drauf sind aber bei den dreien die würde ich auf jeden fall einpacken platz 1 2 und 3 und mich würde eure meinung zu diesen erstplatzierungen interessieren wie er die halt so findet dann lasst es mich wissen dann schreibt es unbedingt in die kommentare rein weil das wird mal richtig spannend wenn wir uns darüber dann mal austauschen können gerade was das dinkelradler angeht was ich persönlich wirklich wow das hat da schon mit einem radler gar nichts mehr zu tun das ist ja qualitativ hochgezüchtet extrem lecker also das ist so mein favorit auch 2024 wo ich wirklich empfehlung rausgebe für alle radlerfreunde so ihr lieben das war's gewesen mit dieser top liste kann ich schon mal antiesen die nächste liste wird nächsten sonntag wahrscheinlich kommen und da kümmern wir uns um die alkoholfreien weizenbiere hefeweißbiere das wird auch interessant was da los ist da ist nämlich auch eine top 10 liste entstanden in dem sinne wenn euch das gefallen hat würde ich mich über ein like und ein abo freuen und bis nächsten sonntag ciao der rumpelschrat ich sage den rumpel und bis 3